Der Pabel kommt aus Lenigra, der Vladeck aus Tschetschee, aus Dordur kommt der Jaroslav, der Hans kommt aus Berlin. Sie tragen eine Uniform, der Schäden ist gesteht, doch sie marschieren alle vier im gleichen Schritt und mit. Das ist Dordtchen, das ist prima, das ist Dordtchen Karaschon. Das ist Dordtchen, das ist prima, das ist Dordtchen Karaschon. Der Pabel kennt als deutsches Wort, nur bitte danke schön, und Vladeck spricht akzentuiert, mein Freund, auf Wiedersehen. Und Jaroslav, der Tebeschuss sagt, ganz gleich Palme, mein. Und so fragt die Verständigung bei ihnen einmal frei. Das ist Dordtchen, das ist prima, das ist Dordtchen Karaschon. Das ist Dordtchen, das ist prima, das ist Dordtchen Karaschon. Am Abend beim Manöverball, da drehen sich im Tanz, der Pabel und der Jaroslav, der Vladeck und der Hans. Und auch die Mädchen wissen es, die vier sind einbespannt, auch dass sich jeder jede Zeit ganz fest verlassen kann. Das ist Dordtchen, das ist prima, das ist Dordtchen Karaschon. Das ist Dordtchen, das ist prima, das ist Dordtchen Karaschon. Das ist Dordtchen Karaschon.